Die Forderung einer gewissen Partei, die nenne ich jetzt gar nicht, im Bundestag, dass diese Übersterblichkeit von 100.000 nicht, also die haben gefordert, dass das untersucht wird, das wurde von allen anderen Bundestagsparteien abgeschmettert und das war noch das letzte. Ja, vielen Dank, aber jetzt würde ich Frau Kliche-Benken doch sagen. Ja, jetzt muss ich mal aus einer parlamentarischen Sicht sagen, in der Tat, alle Anträge, die von der AfD kommen, werden aufs Prinzip sowohl im Landtag als auch im Bundestag abgelehnt. Und ich weiß, dass Sie das kritisch sehen, aber das ist ein Klassiker. Ja, vielleicht hören Sie sich jetzt kurz an, was Frau Kliche-Benken dazu zu sagen hat. Das ist aus einer Grundüberzeugung und das hat auch damit zu tun, warum viele Menschen in diesen Tagen auf die Straße gehen, weil wir noch auch gerade Sorge um unsere Demokratie haben. Und das aus unserer Sicht drin relevant ist. Aber ich habe jetzt verstanden, dass Sie aus politischen Gründen sagen, dass diese Anträge der AfD generell abgelehnt werden, aber wenn die Menschen dann das Gefühl kriegen, diese Partei stellt Anträge, die sinnvoll werden und woanders werden diese Anträge nicht gestellt, ist das nicht verheerend? Das verstehe ich, das ist ein Problem. Vielen Dank. Vielen Dank.